Die Abbildung zeigt die Beziehung zwischen der arbeitssystemspezifischen Beschreibung logistischer Abläufe im Durchlaufdiagramm und der auftragsorientierten Darstellung in Gestalt eines Fertigungsauftragsdiagramms. Das Fertigungsauftragsdiagramm zeigt den Durchlauf eines Auftrages C mit seinen vier Arbeitsvorgängen. Im Durchlaufdiagramm für das Arbeitssystem III hingegen wird das Zu- und Abgangsverhalten sämtlicher Aufträge abgebildet, die dieses Arbeitssystem durchlaufen. Der an Arbeitssystem III bearbeitete Arbeitsvorgang C3 ist als Durchlaufelement in beiden Darstellungen enthalten, sodass über diese Brücke eine Verbindung zwischen Kundenauftrags- und arbeitssystemorientierter Sichtweise logistischer Prozesse geschaffen wird. Die Durchlaufelemente stellen somit eine einheitliche Basis für alle Sichtweisen dar, sodass damit eine wesentliche Voraussetzung für einen ganzheitlichen Controllingansatz gegeben ist. Das Durchlaufelement des Auftrages C schließlich findet sich auch bei den Auftrags-Durchlaufanalysen wieder. Bei diesen Analysen wird das Termin- und Durchlaufzeitverhalten über alle Aufträge oder für ausgewählte Auftragsgruppen statistisch ausgewertet. Das Durchlaufelemente Vielen Dank.